so so näh Schnauze sonst gibts was auf die Glocken näh sonst gibts was auf die Glocken so dann kommt da jetzt gleich noch Holz drum boah Hilfe 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 das war jetzt blödsinn og Strom w fl bla fl so Stimmengewirr So, da fragten wir uns natürlich, wo bleibt hier der Sinn? Was macht der da? Wieso macht der den ganzen Kram? Hier soll ein kleines Schwimmbad entstehen. Das soll hier passieren. Ein kleines Schwimmbad soll hier sich vorsteigen und so, ne? Ihr wisst schon. Deswegen brauche ich jetzt noch ein bisschen Wasser-Eimer. Ich hoffe, wir haben noch ein paar. Ich glaube, wir haben sogar nur einen, oder? Hier ist gar kein Eimer drin. Warum nicht? Hä? Oder sind wir damit krepiert? Das kann natürlich sein, ne? Dass wir damit stolz krepiert sind, wenn es jetzt nicht noch da drin ist. Ne, die haben wir doch da einmal. Dann wird der nicht reichen. Der wird ja, denke ich, nicht reichen. Aber wir gucken einfach mal. Okay. All çıktı. So, hat das alles wieder Chico hier drin, ne? Gut. Dann wird jetzt die untere Reihe nochmal aus Holz gemacht. Dann muss ich hier mit der Spitzhacke ran. Bzw. was ich mache jetzt erstmal da, wo ich machen kann. Dann mache ich jetzt schon mal. Dann kommst du noch weg, du noch weg, du noch weg. Damit ihr drei da hin könnt. Und dann kommst du auch noch weg. Und du kommst da hin. Dann kommt ihr weg, ihr weg. Du kommst weg, du kommst weg. Damit ihr alle da hin könnt. Alter. Alter. So. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Es wird dunkel. Und ich muss hoch. Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch. Jetzt hast du schon zwei gesetzt. Wie bescheuert bist du eigentlich? So. Jedes Mal die gleiche Stelle. Ich hänge jedes Mal an der gleichen Stelle fest. Ist mir mal gerade so aufgefallen. ins Bett und schon haben wir es wieder Tag und wir können schnell zurück so, achso, wir brauchen was zu essen wo hatten wir Essenssachen war das hier? ne, hatten wir das hier auch nicht wir hatten ja keine Essenskiste ach, das ist ja auch schön gut, dann werden wir einmal kurz ernten gehen um uns ein paar Brote machen zu können kurzer kleiner Zwischenstopp ist ja auch fast alles reif du noch, du noch, du noch, du noch, du noch und du noch, du noch, du noch, du auch es ist genauso wie du, du und du du hast du noch ab du und du und du genauso wie du und du und du so dann brauchen wir einmal zusammen und ich muss gleich wieder wussten nicht gut nicht gut wenn ich wusste muss das ist nicht gut denkt lieber an was anderes als an zu spüren ich denke an noten kommt gut was denn man kann ich dann denken wo scheiße machbar denke an brote das passt doch neun brote haben wir passt doch erstmal dann gleich mal drei weg schön die spar warum sollen wir auch einsparen wir haben hunger gut als nächstes der boden den sollen wir den auch aus holz machen ich bin ja fast der meinung muss ja nicht dann machen wir was anderes finde ich sollten wir den stein eigentlich schon besser so lassen das heißt wir müssen einmal noch mal zurück zum haus um dann steine machen zu können einmal hier pflastersteine reingeschmissen sondern schnell zurück so dann einmal weiter hoch zogen das ganze wir haben ja noch ein paar blöcke so und zwar echt gehen wir aus dem weg schnauze ich habe zu tun ja mir egal ja kann ich auch gerade nichts dran ändern ja 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 Bäh. Uhhhhhh. sagte so hat sich Schnauze halten die Koffer zum Punkt wahrscheinlich bald hat das auch noch um ist jetzt nur so Juhu zum Schwimmen und so ist das jetzt gedacht mehr auch nicht Alter das geht nicht das ist ja auch nicht Untertitelung des ZDF, 2020